First, they took your family and your riches. Then, they took your health and your pride. Finally, they left you to die. Gerade gab es leider ein Problem, dass ich vom Wechseln der Spielstände leider vergessen habe, eine Mod zu installieren. Ich spreche das gerade nochmal im Nachhinein ein, weil ich erst im Laufe der Aufnahme gesehen habe, wie viele Schäden hier an der Base sind. Und ich mich dann dazu entschieden habe, das Ganze doch im Zeitraffer zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann am Ende nochmal. Und jetzt viel Spaß und Musik ab. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier muss ich gleich noch ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde es mir halt gerne alles angucken, sobald Kapitel 2 live ist und nicht jetzt nochmal machen, weil dann machen wir es innerhalb kürzester Zeit zweimal. Aber ich denke, wir haben hier wieder mal ein kleines Häuschen hingezaubert. Von außen wirkt es irgendwie noch größer, oder? Das ist eine Wand falsch. Nein, wer war das? Wundert mich, dass ich außen nicht noch irgendwelche falsch gesetzten Wände hängen. Ich meine, irgendwo werden welche sein, da bin ich mir sicher. Wenn ich das jetzt aber mache, fällt mir die ganze Wand zusammen, dann mache ich das gleich von innen. Ähm, ja. Ich glaube aber... kann sich soweit erst mal sehen lassen. Und ich bin gespannt, wie sich die Base dann bewährt, wenn sie fertig ist. Und wenn Kapitel 2 online ist, also was ich auf jeden Fall noch machen muss oder machen will vorher, sind noch ein paar Tore einbauen. Das werde ich aber außerhalb der Aufnahme machen, weil, äh, ja. Ich muss dann immer zwei, da wo ein Tor hinkommt, muss ich links und rechts die Wände wegmachen und dann muss ich gucken, dass mir nicht allzu viel zusammenbricht. Und wenn doch, möchte ich das jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme haben, wenn ich hier einen Nervenzusammenbruch kriege oder so, weil ich die Sachen schon wieder machen muss. Ähm, wie viele Tore ich hier noch einbaue, bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich so viele Tore noch hier reinmache. Ich hätte gesagt, hier vielleicht noch eins. Hier so. Aber vielleicht lasse ich es auch erstmal so, wie es ist. Ähm, eine Sache machen wir noch eben zusammen, würde ich sagen. Wir überladen uns nochmal kurz. Dann kann ich nämlich auf dem Weg nach draußen, wenn ich, äh, gleich draußen, wo die Wand kann ich von innen machen. Ja. Wir überladen uns noch einmal voll. Zum Abschied. Ähm, so. Und nicht raus. Einmal die vier. Einmal kopieren. Und einmal austauschen. Weil dann können wir jetzt auch mal die Tore einsetzen. Weil so oft laufe ich da jetzt nicht mehr lang. Dass sie mich eigentlich nicht stören sollen. Ja, upsie. Ja, ich denke erstmal, dass die Base funktionieren wird. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Was ich natürlich auch brauche, sind, ähm, dementsprechend NPCs. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ich denke mal, wenn ich hier mindestens vier Nahkämpfer rein stelle. Hier schon größer. Bestimmt mal sechs oder acht. Dann haben wir mal sechs. Dann sind wir bei zehn. Hier oben nochmal dann. Vier. Vierzehn. Achtzehn. Ähm, ja. So 26. 26 bis 30 Nahkämpfer, würde ich mal sagen. Und mindestens genauso viele Bogenschützen. Vielleicht noch ein paar Golems, die wir zusammen kriegen. Das kommt dann natürlich auch weg hier. Lasse ich aber noch, weil ich noch einmal aufs Dach muss. Ähm. Und dann bin ich gespannt. Ich, wie gesagt, ich habe momentan echt das Problem, dass ich nicht so viel jetzt außerhalb der Base machen möchte. Vorm nächsten, vorm nächsten Update. Aber ich will auch hier jetzt nicht Zeit tot schlagen. Einfach um Folgen hochzuladen. Ich hoffe, dass der Server vom lieben Spielrausch kommt. Ansonsten muss ich mal gucken, ob wir vielleicht mal wieder sehen, ob Angel irgendwas Neues für uns hat. Oder was mir sonst so einfällt. Nur ich will jetzt hier nicht einfach nur Zeit tot schlagen. Soll ja auch noch ein bisschen unterhalten sein. Zumindest ein bisschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Erstmal, sie haben dich acquirent. Dann haben sie deine Gesundheit und deine Hoffnung genommen. Endlich, sie haben dich verlassen, um zu sterben.